Auuuuua Feind aufgeschaltet Okay So geht das ganze natürlich auch Weil das ist nicht das scheiße Nicht das das geht Na Wie sollen wir denn jetzt das machen Schaut weg Beobacht den Feind, der kann aus der Deck kommen Der ist tot Halt, bewegt sich! Vorsicht! Was lag hier vorn? So Unterwegs Kill ist bestätigt verdammt! Lade nach! Halte ich sie mir vom Leben! Kill dir das! Das waren alle So jetzt ist das irgendwie ziemlich leicht Nicht sagen, aber immerhin geht es jetzt schneller durch Tut mir leid Aber es ist tot Shit! Noch ein schwerer Truber! Den Deckung vergammt! Loco! Hast du dein Verstand verloren? Oh, ich bin nicht voll abgelassen! Shit! Los, schieß! Was? RPG Ja, natürlich! Es ist alles gewonnen! Nein! Ich wollte sie nicht retten! Der einzige Verbrecher hier Wir sollten weiter Die sind uns auf den Füßen Drinnen sind noch mehr Aber nicht dran Der Antiode ist vor der Deckung! Ich werde hier fett gemacht! Gegner erledigt! Dies gar nützt nichts mehr Ich brauche eine andere Waffe dafür Was würde ich jetzt die RP7 mitnehmen? Äh Ich brauche eine andere Waffe Ah, jetzt habe ich Ah, jetzt habe ich wieder Okay, dann machen wir das so Aber erstmal nehme ich das Teil hier Der ist tot! Jetzt oder nicht! Runter Das ist richtig Heftiges Teil Über Über Mh Spiel Es tut unheimlich Gezeiten Geheimnis aufzunehmen Und Anhören Ich muss euch nicht erinnern Welche Umstände uns hierher gebracht haben Wir sind alle Gezeichnet von unseren Taten Guten wie Schlechten Ja, es kommen noch dunkle Zeiten Aber nur Mut Der Sturm wird bald vergehen Vor uns liegen chaotische Tage Als euer Kommandant weiß ich Ihr werdet durchhalten Ihr seid the damn 33rd Es war für mich die größte Ehre an eurer Seite zu dienen Darum vertraue ich euch Auch bei meinem letzten Befehl Was auch geschieht Haltet durch Seid stets wachsam Okay Die Linie Ich möchte die eigentlich nicht exekutieren Aber was ist jetzt Achtet auf die Schuhe mit den schickenden Schweren Halt bewegt sich! Vorsicht! Ja! Leck mich! Schweres MG! Kinn ihn! Gut! Ich schnapp ihn! Fack das Schrein! Schwerer Gruppe aufgeschaltet! Ja! Schwerer Gruppe aufgeschaltet! Ja! Schwerer Gruppe aufgeschaltet! Ja! Schwerer Gruppe aufgeschaltet! Ja! Ja! Nehm das Penner! Ja! Ich warte immer noch! Ja! Noch einer! Boah! Ich hab den sogar wieder getroffen Oh mein Gott werde ich jetzt schnell sterben durch die ganzen Oh! Lebt ja mal! Werfe Granate! Hörst du das? Shit! Da kommen sie! Sie werden doch den Hochhaus messen! Hören! Es ist aus! Wir haben euch umzüllen! Leg eure Wachen nieder! Fick dich! Erschießt mich doch! Na los! Ich stehe hier! Macht schon! Sicher das Gebäude! Erschießt mich, verdammt! Los! Erschießt mich! Dies ist ihre letzte Chance Walker! Geben sie auf! Oder meine Männer erschießen sie! Wags ja nicht! Dann scheiß auf dich! Ich bin nicht so bald gekommen um aufzugehen! Das ist der einzige Weg in den Tower! Verdammter Mist! Gib's auf! Bis die Jungen beendet! Wir haben versagt! Nur über meine Leiche! Schön! Dann leb weiter! Brenn du Arschloch! Verdammt Walker! Lauf! Oh mein Gott! Yeah! Wir sollen denn eigentlich nur rennen! Jetzt sind wir jetzt alleine! Tut mir leid Walker! Aber sie wussten es würde so enden! Ihre Freunde tot! Die Welt in Flammen! Sie allein! Sie haben versagt! Ja, haben wir! Endlich! Etwas das wir beide gemeinsam haben! Die Welt zu tun! Die Welt im Flammen! Ja! Die Welt! Meine Mannschaft! Sie sind viele Tage! Alleine! Sie sind alle zählen! D оруж! Sie sind alle! Sie sind alle. Sie sind alle! Sie sind alle! Und wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Sieht das geil aus. Willkommen. Ja, und damit würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bei diesem, naja, sehr schwierigen, wo ich selbst am Noob bin, Eindrucks von Spiel. Tschüss.